Ja, herzlich willkommen zum Sale Out. Wir haben hier jetzt wirklich eine tolle Bandbreite an Produkten zu ganz, ganz niedrigen Preisen, weil wir ein paar einzelne Versandrückläufer zurückbekommen haben, also ein ganz begrenztes Kontingent von wirklich Lieblingsprodukten, von Bestsellern, die jetzt nochmal für Sie zum ganz kleinen Preis zu ergattern sind. Und zwar haben wir da dabei Nachtsichtgeräte, wir haben eine Soundbar dabei, wir haben Luftkühler dabei und Sie sagen, ach jetzt schon, ach jetzt schon, da können Sie jetzt schon sich einen ergattern zu einem ganz niedrigen Preis. Ich glaube, die Preise werden Sie dann wieder erst Ende des Sommers bekommen und sogar eine Haushaltshilfe, also auch zum ganz kleinen Preis. Aber wir fangen mal vorhin an. Du hast uns so ein schönes Nachtsichtgerät mitgebracht. Genau, das sind unsere monokularen Nachtsichtgeräte. Kann ich dir mal eins rüberwerfen? Ja, sehr gerne. Dankeschön. Die kommen also in dieser schönen, eleganten Tasche. Ich mache das mal auf und dann kriegen Sie ein kleines Säckchen mit Zubehör, da ist also ein Netzteil drin und ein Verbindungskabel von dem Nachtsichtgerät zum Fernseher. Das heißt, Sie können das dann tatsächlich auf dem Fernseher auch abspielen. Und hier ist jetzt unser monokulares Nachtsichtgerät. Das ist monokular. Monokular bedeutet, ich kann mit einem Auge durchgucken anstelle von mit zwei Augen. Und das zeige ich Ihnen mal, wie das aussieht. Das sieht aus wie eine ganz normale Videokamera. Und das Tolle ist, es ist tatsächlich auch eine Videokamera. Das heißt, Sie können, was Sie hier durchsehen, auch aufnehmen auf eine SD-Karte. Entweder als HD-Video oder sogar als Foto. Es ist sehr kinderleicht zu bedienen hier mit diesen Knöpfen, die hier oben alle mit der Bedienungshand eben zu erreichen sind. Hier gucke ich durch und hier vorne ist es dann, müssen Sie sich vorstellen, wie ein ganz, ganz tolles Fernglas. Bei Tageslicht, da ist also ein kleiner Monitor drin und wenn Sie da durchgucken, dann müssen Sie sich das vorstellen wie ein riesengroßer Fernseher oder sogar eine Leinwand. So toll auflösend ist dieser Monitor hier drin. Bei Tageslicht ist es in Farbe alles. Das heißt, Sie können das auch als Fernglas benutzen, beziehungsweise als Farb-HD-Kamera, wenn Sie bei Sport-Events sind, bei Musikveranstaltungen oder überhaupt in der Natur mal rumschauen wollen. Ganz, ganz toll. Und das Tolle hier dran ist jetzt, dass es eben noch ein Nachtsichtgerät ist. Das funktioniert vollendermaßen. Hier unter der Linse ist ein kleiner Spot und dieser Spot scheint Infrarotlicht raus. Das ist für Tiere und Menschen nicht sichtbar, aber die Kamera kann es sehen. Deswegen können wir damit im Dunkeln sehen, weil dieses Infrarotlicht, was jetzt eben ausstrahlt, das erhält. Es ist wirklich, wirklich beeindruckend. Dann sehen wir das in sehr feinen Graustufen, diese Nacht. Und da kann man nachts mal sehen, was sich alles so im Garten, im Wald oder überhaupt so tut von Tieren, die sich unbeobachtet fühlen. Hier können wir es mal sehen, so sieht man es bei Nachts. Und wenn man jetzt die Infrarotspot anmacht, kann man sehen, aha, das sind Kühe, die da ganz normal grasen. Das ist also nichts Spektakuläres, aber die denken, niemand kann sie sehen. Aber wenn man damit in die Natur geht, in den Wald, schauen Sie mal hier, was ist das? Das weiß kein Mensch. Aber wenn wir dann das Nachtlicht dazu einschalten, dann können wir eben sehen, dass das tatsächlich Waschbären waren. Das ist also wirklich was ganz Besonderes, was man nicht sieht bei Tageslicht normalerweise. Und nachts schon gar nicht. Vielleicht auch mal so eine Nachtwanderung machen mit den Kindern oder auch, ich weiß nicht, mit dem Partner alleine. Früher war das ja nur dem Militär, glaube ich, vorbestellt sozusagen. Heute ist es auch für uns zu haben. Und das unter 80 Euro hier als Versandrückläufer. Also Sie sparen da nochmal gute 20 Euro, wenn Sie jetzt zugreifen. Es ist wirklich schön in der Hand liegen, ganz klein und kompakt. Hier einfach die Medien einlegen und dann können Sie sogar Bilder und Videos machen und aufnehmen. Es ist wirklich fantastisch. Also wir schauen mal zusammen auf pearl.de, um da den Preis zu vergleichen. Denn schauen Sie mal, knapp 100 Euro. Und das ist ja schon wirklich ein sehr, sehr guter Preis. Das ist jetzt für Sie unter 80 Euro. Aber da müssen Sie schnell sein, weil der Kontingent ist natürlich sehr, sehr begrenzt. Das ist es ja. Diese Versandrückläufer sind natürlich von uns geprüft und gereinigt. Und als es ist ein neuwertiges Gerät, also wie ein neues Gerät, kann man sagen, da sieht man keinen Unterschied überhaupt nicht. Und die Funktionalität ist geprüft. Sie bekommen trotzdem natürlich die Gewährleistung drauf. Es ist wirklich Wahnsinn. Und es ist halt nicht nur jetzt ein Nachtsichtgerät, sondern auch eine Videokamera, beziehungsweise ein wirklich tolles Fernglas, was in Farbig eben in Full HD aufnimmt. Und das alles auf eine SD-Karte oder Sie können es hier sogar, wenn Sie nachts Aufnahmen machen wollen, lange Aufnahmen, können Sie hier unten, können Sie das sehen, können Sie es auf ein Stativ aufschrauben. Das heißt, man kann das wirklich also auch fest installieren, diese Kamera. Und man kann sie mit dem Fernseher verbinden. Das heißt, es sind also so viele Möglichkeiten, wie viel Spaß man damit haben kann. Aber eben auch lernen, wenn man mit Kindern in den Wald geht. Das hast du ganz richtig gesagt. Es gibt ja so viel zu sehen in der Natur. Oder auch, wenn man mal sehen will, ob die Kinder schon schlafen zum Beispiel. Da muss man nicht das Licht anmachen. Man guckt einfach mit seinem Nachtsichtgerät. Dann schlafen die Kleinen schon. Ohne den Schlaf zu stören, ist es wirklich unglaublich viele Möglichkeiten und viel Spaß mit dieser Kamera. Ja, und weißt du was? Es ist natürlich auch so, mal zu gucken, was im eigenen Garten ist. Ich habe einen großen Garten, vielleicht Igel, Waschbären. Und jetzt ist ja auch Frühling. Da weckt ja so wieder die ganze Landschaft und die Tiere kommen raus. Und da mal wirklich gucken, was ist schon wieder aufgewacht sozusagen nach dem kleinen Winterschlaf. Und jetzt erblüht ja auch alles und dann kommen die Tiere raus. Das ist ja eine schöne Lebenserfahrung auch. Also auch für so Hobbywanderer, aber auch vielleicht für den einen oder anderen Jäger. Das ist schon, glaube ich, sehr, sehr gut auch im Gebrauch und auch den Fakt, dass man alles einfach speichern kann. Ob es jetzt Video ist oder tatsächlich das Bild per SD-Card oder direkt auf den Fernseher gucken. Das ist fantastisch, was heute möglich ist. Unter 80 Euro. Wahnsinn. Ja, und das ist ja, wir hatten ja Schnee vor ein paar Wochen. Da sieht man Spuren, da hat man keine Ahnung, was für ein Tier das jetzt war. Was diese Spuren bei mir auf dem Schnee hinterlassen hat. Und mit so einer Kamera kann man das dann eben tatsächlich sehen, weil das sind diese nachtscheuen Tiere, die eben wirklich nur im Dunkeln rauskommen, wenn sie sich absolut sicher fühlen. Mit der Kamera können sie alles sehen. Ja, unser Versanddruckläufer hier dieses Nachtsichtgerät zum ganz, ganz kleinen Preis. Unter 80 Euro für Sie jetzt. Da müssen Sie aber schnell sein. Probieren Sie das mal aus. Vielleicht ist es ein neues Hobby. Mehr rausgehen, wandern, vielleicht auch mal die Kinder mitnehmen, Nachtwanderung machen. Die Bestellnummer brauchen Sie noch. Das ist die REF 49, 54, 9 und die 5, 6, 9. Einfach in der Handhabung. Super in der Qualität. Endlich mal so richtig schön sehen, was nachts durch die Gegend springt. Es ist wirklich was ganz, ganz Feines und eine tolle Qualität. Ja, und jetzt haben wir auch eine ganz, ganz feine Qualität. Ich nehme es immer Wham Bam Snaky Wham Soundbar. 3D Soundbar. Wirklich ganz, ganz fein. Das haben wir hier vorne. Das ist unsere größte Soundbar, die wir haben. Unsere beste Soundbar, muss man auch sagen. Die hat tatsächlich 3D mit 5 zu 1 Unterstützung. Das bedeutet, diese Soundbar kann tatsächlich Klang simulieren. Der 3D ist 5 zu 1, dass man also nicht nur rechts und links hört, sondern tatsächlich auch vorne und hinten. Dafür müssten Sie sonst ganz, ganz viele Lautsprecher installieren. Man sieht das ja manchmal bei Bekannten. Das sieht immer schlimm aus, weil da überall Kabel hängen und Boxen im Raum und weiß gar nicht warum. Diese Soundbar misst Ihren Raum aus und steuert das dann optimal, dass Sie diesen 3D-Klang hören. Aber erst mal, warum Soundbar überhaupt? Fernseher heutzutage, das wissen Sie, die haben ganz schmale Ränder, wenn sie überhaupt noch Ränder haben, wenn man sich heute einkauft. Da sind die Lautsprecher untergebracht und die können natürlich keinen guten Klang erzeugen. Man kann hören, was sie sagen, aber um das richtige Kinofeeling zu bekommen, braucht man eben eine Soundbar. Und dieses Kinofeeling kriegt man mit einer Soundbar eben, weil die den Klang eben so wiedergibt, wie er von den Machern der Filme gemeint ist. Es ist nicht nur für Filme, es ist auch für Sportveranstaltungen und sogar Nachrichtensprecher klingen ganz anders über eine Soundbar. Das sind ja alles ausgebildete Sprecher, die eben auch ein Volumen in der Stimme haben, was in normalen Fernsehlautsprechern einfach nicht rauskommt. Man kann die besser verstehen und vor allem viel mehr Atmosphäre. Und darum geht es bei Soundbars, dass man Atmosphäre bekommt. Und diese Soundbar hat tatsächlich 250 Watt. Die macht auch noch richtig Lautmusik, wenn Sie wollen. Die können Sie als Partyanlage anschließen. Sie hat ganz viele Anschlussmöglichkeiten. Also sie hat den optischen Eingang für 5 zu 1 Surround. Sie hat Cinch-Eingänge. Sie hat einen Memory-Stick-Eingang. Und sie kann sogar Bluetooth. Das heißt, das ist auch eine Bluetooth-Box, die Sie eben dann über Ihr Handy oder Ihr Tablet oder Computer steuern können. Und jetzt gehen wir mal hin zu der Soundbar. Ich will Ihnen die mal zeigen. So sieht sie aus. Sie ist schon mal sehr elegant. Sie hat ja oben diese Klavierlack-Optik. Sie bekommen natürlich eine Fernbedienung dazu. Und dann eine Sache noch. Sie hat auch einen HDMI-Ausgang. Und das ist wichtig, wenn Sie zum Beispiel einen Beamer haben. Dann geht nur ein Kabel von der Soundbar zum Beamer. Alle anderen Geräte, die Sie über den Beamer wiedergeben wollen, stecken Sie einfach hinten rein in diese HDMI-Stecker. Jetzt gucken wir uns mal an, was dahinter ist. Und dann mache ich sie endlich an. Und dann will ich hören, wie sie sich anhört. Okay, das ist auch genial, oder? Die Blende können Sie abmachen. Und dann schauen Sie mal, was da alles drin ist an Lautsprechern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal. Ich weiß nicht, um die 20 Lautsprecher. Für alles, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und ich mache sie jetzt einfach mal an, damit wir das auch demonstrieren können. Gib mir Gänsehaut, bitte. Ich habe hier Musik auf dem Memory-Stiff. Weißt du noch, welcher Film das ist? Äh, ist das so ein, ähm, Indiana Jones, ja. Indiana Jones, genau. Wahnsinn, aber das ist einfach so direkt, man ist direkt in den Filmen, die Szenen befördert. Und man weiß ja, dass Musik wirklich diesen Film intensiviert. Also, ich finde, das sind wirklich 50 Prozent mehr oder weniger. Also, im Film sein oder mit dem Film gucken. Und hier ist man wirklich im Film drin. Schauen Sie mal diese Pracht an. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Also, ich habe es auch gerne ohne diese Abdeckung, weil ich finde, man kann ruhig zeigen, was das Gerät kann. Das ist doch alles der Wahnsinn. Wir schauen mal zusammen auf parl.de, um zu schauen, was Sie sparen. Schauen Sie mal, Neupreis ist 300 Euro knapp. Also, Sie sparen jetzt hier im Preiserlammestags 50 Euro. Und dann, ja, dann ist der Film nicht mehr irgendein Filmchen, sondern ist es wirklich der Film, wo Sie drinstecken. Dieses Gerät kommt natürlich dann auch versandkostenfrei zu Ihnen. Und dann ist, ja, dann ist nicht Fernsehgucken, Fernsehgucken, sondern mehr so eine Kinoerfahrung, ne? Ja, es ist ja, guck mal hier jetzt gerade mit Indiana Jones, ist ja ein älterer Film. Und den hat man damals im Kino gesehen und fand den toll. Ein super Film. Und wenn man ihn heute im Fernsehen sieht, dann denkt man, hm, warum fand ich den Film damals so toll? Das ist, weil der Klang nicht da ist. Und damit bist du wieder richtig im Film drin, als wenn man im Kino sitzt. Das ist wirklich unglaublich. Ja, genau. Ich meine, darüber berichten ja auch die Medien, dass der Ton wirklich den Film macht. Auch die Wiener Zeitung hat darüber geschrieben, ja, was wären denn eine Duschszene in Psycho? Ohne den Sound wären all diese Filme ziemlich langweilig, ne? Also die Tonebene im Kino, sie macht 50% der Filmerfahrung aus. Und das erreicht man ja hiermit, ne? Was man verstehen muss, ist, dass der Sound sich vor allem auf die emotionale Filmerfahrung auswirkt. Das stimmt. Man merkt nicht auf einmal, dass man mitten im Film ist. Man erschreckt sich mehr, man freut sich mehr, man kriegt Gänsehaut. Das merke ich hier. Das kommt direkt rüber, ne? Der Funke springt über und die Gänsehaut ist direkt da. Ja, und das eben nicht nur bei Filmen. Ich glaube, ich habe hier noch einen Fernsehsendung. Ach ja, genau. Auch bei normalen Fernsehsendungen. Ja, ne? Das macht einfach mehr Spaß, wenn man das auf einer großen Anlage hört. Glauben Sie mir, es macht richtig Atmosphäre auch bei Fernsehsendungen, bei Sportveranstaltungen. Alles kommt richtig an, ne? Definitiv, ne? Ja, ja, ganz ehrlich. Hier müssen Sie aber schnell sein, denn unter 250 Euro habe ich die vorher nicht anbieten dürfen. Sonst 300 Euro, jetzt für Sie nur 249,95 Euro da schnell sein. Und dann sagen Sie, wenn Sie sich fragen, warum habe ich das nicht früher gemacht? Weil Fernsehgucken, wenn dann richtig Kinoerfahrung zu Hause im eigenen Wohnzimmer, das wollen wir doch. Die Bestellnummer brauchen Sie noch, das ist die REF 160,38 und die 569. Also wirklich tolle Produkte heute dabei. Und ich muss hier zu dem nächsten Produkt erstmal gehen. Das ist nämlich ein Verdunstungsluftkühler. Und ich sage Ihnen, wenn Sie sagen, ja warum denn jetzt schon? Ja, das ist doch ein bisschen früh. Ich weiß, es waren jetzt 20 Grad auch bei uns die ganze letzte Woche. Das war richtig angenehm und das mögen wir Deutschen. 20 Grad ist doch perfekt. So eine schöne Frühlingsgefühle. Aber wenn es dann erstmal auf 25 geht oder auch 28, da fangen wir an zu stöhnen. Hier haben wir jetzt ein wirklich wunderbares Gerät, ein Verdunstungsluftkühler. Und ich sage Ihnen, der kühlt Ihnen die Luft so runter, dass es angenehm ist. Wissen Sie bei einer Klimaanlage, da kann man sich auch mal schnell irgendwie erkälten. Hier haben wir einen Verdunstungsluftkühler mit Pelletier-Element. Das heißt, das Pelletier-Element kühlt hinten das Wasser um 8 Grad runter und das wird dann auf diese Wabenstruktur hier verdunstet. Und dann kann man die Raumtemperatur um 5 Grad runterkühlen. Sie können sich sogar vor das Gerät setzen. Sie können das in verschiedenen Stufen einstellen. Hier sehen Sie die Lamellen, die gehen erstmal auf. Dann haben Sie eine Oxylation, die Sie zuschalten können. Ein Timer, alles, sogar ein Schlafmodus. Sie können sogar hier dieses Display an- und ausschalten, wenn Sie sagen, ich möchte es abends dann nicht mehr sehen, die Zahlen. Also wirklich ganz, ganz feine Technik. Pelletier-Element, wirklich ganz, ganz innovativ. Tolles Design auch schon hier. Das ist ein Bestseller aus dem Jahr 2020. Und Sie sagen jetzt, ja, ist ein bisschen zu früh. Jetzt ist ein guter Moment einzusteigen, denn der Preis unter 150 Euro, der wird erst wieder Ende des Sommers haben. Wenn überhaupt, dann haben wir auch Artikel, dass es jetzt wahrscheinlich schnell wieder heiß werden wird. Ganz genau. Wir haben von daswetter.com, also eine Koryphäe, den Artikel Schockprognose 2021 soll ebenfalls rekordwarm werden. Das ist es ja. Es ist nicht zu früh, sich so etwas jetzt schon zu holen, weil im Sommer sind die ausverkauft. Britische Wetterexperten haben nun die erste Prognose für das Jahr 2021 vorgestellt. Sie gehen von einem weiteren, deutlich zu warmen Jahr aus. Die britische Wetterdienste, VetOffice, hat schon im Dezember 2018 das warme Jahr 2020 vorhergesagt und lag mit seiner Abschätzung sehr gut. Die neueste Prognose geht nun davon aus, dass das Jahr 2021 ebenfalls sehr warm werden wird. Es ist wirklich sehr angenehm, kühle Luft zu haben, wenn es sehr warm und sehr heiß ist. Sie wissen das von letztem Jahr und vorletzten Jahr. Und haben Sie mal versucht, in der Zeit einen Luftkühler zu bekommen oder sogar einen Ventilator hast du nicht mehr bekommen. Ja, 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 aber wissen Sie, Pelletier-Element, ein Verdunstungsluftkühler mit Pelletier-Element für unter 150 Euro, das ist eine Seltenheit, das kann ich Ihnen sagen. Hier sehen wir nochmal, wie diese innovative Technik funktioniert. Dieses Wasser hinten im Tank, da haben Sie 6 Liter Tank, das wird runtergekühlt um 8 Grad durch dieses Pelletier-Element, also richtig schön innovativ. Und dann wird es auf diese Wabenstruktur hinten schön verdunstet und dann wird es vorne in den drei verschiedenen Stufen richtig schön rausgepustet. Und es ist eine deutliche Kühlleistung. Also 5 Grad werden Sie diese ganze Raumtemperatur kühlen und zwar auch moderat, angenehm. Da können Sie sich davor setzen, da kriegen Sie keinen steifen Nacken, so wie man es von der Klimaanlage kennt. Auch hier richtig schön sauber, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, dann schließen sich die Lamellen, also kein Staub, der reinkommt. Hier oben haben wir so ein ganz schönes Bedienfeld per Touchscreen. Wir haben natürlich auch eine Fernbedienung und ich sage Ihnen, bestellen Sie den jetzt, da werden Sie nachher in einem Monat oder vielleicht fängt es auch circa dann an, da werden Sie juchzen und freuen, wenn alle dann schimpfen und in der Ecke liegen. Dann sagen Sie, ich kann mein Homeoffice machen, ich kann schön hier die Kinder bespaßen, alles ist gut und das ist genau das, was wir eigentlich brauchen. Genau, wir gucken mal auf Pearl.de, was es da kostet. Der Neupreis liegt bei 200 Euro und wir haben ihn heute eben tatsächlich für unter 150 Euro, Sie sparen 50 Prozent zur UVP. Jetzt schon clever sein, kann man nur sagen, weil es ist wirklich so, die sind sehr, sehr, sehr beliebt aufgrund der wirklich innovativen Technik und dass Sie eben die ganzen Nachteile einer Klimaanlage nicht haben und wie gesagt, die kriegen Sie im Sommer nicht, weil Sie einfach vergriffen sind. Und das ist ein super Angebot heute, was wir eben in begrenzten Stückzahlen haben, weil es halt hier im Sale-Out ist. Das sind also Rückläufer, die wir Ihnen natürlich generalüberholt gereinigt, alles super picobello mit Gewährleistung natürlich zur Verfügung stellen können. Ja und auch das Tolle ist, schauen Sie hier, das steht dann da neben Diana, wenn sie es anschalten möchte, es hat auch Rollen. Man kann es also mobil vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer, auch gerne abends ins Büro und dann hier dieses Touchscreen, diese Bedienung oben ist auch wunderschön modern. Und ich sage Ihnen, wenn Sie dann dieses Pelletier-Element zuschalten und dann diese kühle, frische Luft spüren, das müssen Sie erlebt haben. Dann macht das Arbeiten wieder mehr Spaß, das Lesen, das Entspannen macht mehr Spaß und dann hören wir Deutschen endlich auf zu meckern, weil das können wir ja sehr gut. Aber hier ist genau das, was wir brauchen. Denken Sie mal an den letzten Sommer zurück, da haben wir alle gelitten und geschwitzt. Und wenn Sie das Gerät jetzt schon mal haben, zu diesem kleinen Preis vor allen Dingen, ja dann sind Sie nämlich ein Gewinner und wissen, ha, ich schwitze nicht, ich meckere nicht. Sie, das ist ja der Wahnsinn, dass wir vor der Saison jetzt hier einen Sonderpreis haben unter 150 Euro, normalerweise 200 Euro. Greifen Sie da bitte zu, allerneueste, innovativste Technik, hier diese Honeycomb-Technik, I love it. Ja, das ist unser Verdunstungsluftkühler mit Oszillation, ein Versandrückläufer für den TV-Sonderpreis von 149,95 Euro. Die Bestellnummer dazu ist die REF 15399569. Denken Sie an die 569 am Ende, damit Sie unseren TV-Sonderpreis bekommen. Wie gesagt, wir haben ein geringes Kontingent, die werden auch schnell weggehen, wie alle unsere Sale-Out-Angebote. Seien Sie schnell, der Preis gilt für die nächsten zwei Stunden, aber wir haben noch einen ganz besonders schönen diesmal. Das ist auch wieder ein Highlight aus dem letzten Sommer 2020. Es war ausverkauft, restlos, deswegen bin ich glücklich, dass wir so einen Versandrückläufer haben, zu einem ganz kleinen Preis. Unter 230 Euro und ich sage Ihnen, das ist nicht nur ein Hingucker, ein Highlight, es ist auch innovativ. Es ist wieder ein Verdunstungsluftkühler, diesmal etwas größer, 10 Liter im Wassertank und sogar, also natürlich Pelletier-Element dabei, das sind die richtig schönen, die diese Kühlungskraft gibt. Aber wir haben sogar einen Ionisator und das ist halt am Zahn der Zeit, denn dieser Ionisator, der gibt Ihnen auch eine schöne geruchslose, schöne Luft. Aber eben auch, ja, tötet Keime, Bakterien, Pilze, Schimmelsporen, all das, was wir jetzt im Moment gerade so ein bisschen belastend finden. Hier haben Sie wirklich ein Design-Highlight, ein Verdunstungsluftkühler mit Pelletier-Element. Superschön. Ich mache es auch gleich mal für Sie auf, damit Sie sehen, wenn dann diese Lamelle sich runterfährt und die wahre Pracht des Gerät zum Vorschein kommt. Hier schauen Sie mal, es ist wirklich ein Design-Highlight und dann auch noch wirklich richtig kühlungsstark. Also wir haben auch wieder Pelletier-Element, kühlt das Wasser runter um 8 Grad und dann wird es vernetzt auf diese Wabenstruktur und dann kann es die Raumtemperatur um 5 Grad und zwar richtig schnell runterkühlen. Und ich sage Ihnen, das ist angenehm hier vorzusitzen, da braucht man nicht so Sorgen machen, dass man vielleicht eine Erkältung bekommt oder einen steifen Nacken. Es ist eine moderate, schöne Kühlung. Hier kann man Ione zuschalten, das heißt, Sie reinigen Ihre Luft komplett am Zahn der Zeit. Keime, Vire, Bakterien, Gerüche, all das, so der nasse Hund oder die Knoblaustehe oder vielleicht auch die Schuhe, alles eliminiert. Wir haben hier eine richtig schöne Oszillation, wir können das hier einstellen, horizontal. Sie können dann hier das Pelletier-Element zuschalten, drei verschiedene Luftstufen hier zusätzlich noch. Wow, richtig, richtig stark. Ich sage, da kriegen Sie Ihren Raum richtig schön runtergekühlt. Und das Ganze ist auch wieder auf Rollen. Man kann es also von A nach B mitnehmen, obwohl es schon ein wirklich großes Gerät ist. Ein Hingucker, unser Bestseller. Und jetzt für Sie unter 230 Euro, da müssen Sie aber schnell sein. Lassen Sie uns mal zusammen auf pearl.de gucken. Auf pearl.de kostet das tatsächlich 270 Euro. Das heißt, Sie sparen heute 50 Euro mit unserem TV-Sonderpreis. Ich finde das auch toll, wie leise der ist. Das stört überhaupt nicht im Raum. Und wie gesagt, diese Versandrückläufer sind wirklich der clevere Weg zu kaufen, weil die sind halt genauso wie neuwertige Geräte. Da purzeln schon die Prozent. Die sind gereinigt bei uns. Purzeln auch schon die Prozent, haben Sie gerade gesehen. So soll es sein, genau. Ich habe es mal gedreht, das geht. Weil hier hinten sieht man nämlich richtig gut diese Wabenstruktur, Honeycomb-Technologie. Also haben Sie eine richtig große Wirkungsfläche, weil das ist richtig, richtig groß. Hier unten der Wassertankpell, Tierelement, kühltes Wasser um die 8 Grad, wird hier vernetzt. Und vorne haben Sie dann eine richtig schöne Wirkungskraft und die Raumluft wird um 5 Grad runtergekühlt. Sie haben moderat, Sie haben einen Timer, Schlafmodus. Es kann aber auch richtig stark für Sie pusten. An alles gedacht und auch noch wirklich ein tolles, schönes Gerät. Kann Sie auch mit auf die Terrasse nehmen. Also wirklich da schnell sein, zu dem kleinen Preis zugreifen, weil dieses Jahr schwitzen Sie dann nicht. Ganz genau. Das ist unser Verdunstungsluftkühler mit PET-Element. Ein Versandrückläufer für den TV-Sonderpreis von 229,95 Euro. Die Bestellnummer sage ich Ihnen nochmal, das ist die REF 15349,569. REF 15349,569. Der kommt natürlich Versandkostenkreis, wie all Ihre Bestellungen des Tages. Wir sammeln das ja den ganzen Tag und schenken Ihnen dann eben die Versandkosten, wenn Sie über 150 Euro leben. Mit dem machen Sie alles richtig. Und hier sich unser absolutes Lieblingsprodukt, unser kleiner Verdunstungsluftkühler, ist übrigens schon sehr stark nachgefragt. Der Dieter hat zugegriffen. Alles richtig gemacht, Dieter. Sehr clever. Jetzt an den heißen Sommer denken. Aber hier sehen wir unseren Roboter. Ja, wir sind immer sehr, sehr stolz, dieses Gerät vorzustellen. Das ist ja eine Markenkollaboration mit Hobart. Und dieses Gerät hat auch innovative Preise gewonnen, weil es eben so intelligent und innovativ reinigt. Wir arbeiten hier mit Unterdruck. Das heißt, das Gerät saugt sich an die Scheibe, an die Musa, Eckfliesen, an Unebenheiten gleicht es aus. Und dann arbeitet es schnell, leise, effektiv und hat sogar hier einen Wassertank mit der speziellen Flüssigkeit, die es auch inkludiert im Preis. Und dann haben Sie Ihre glatten Flächen, eigentlich alle glatten Flächen. Ob es jetzt tatsächlich das komplette Bad ist, wenn es fließt, ist kein Problem. Mosaik, kein Problem. Dachschrägen, kein Problem. Rahmenlose Fenster, kein Problem. Okay, aber lange Rede kurz zu sagen, ich setze das Gerät mal an, damit Sie sehen, wie einfach das auch noch ist. Es ist praktisch eine Einhandbedienung. Ich setze einmal an, dann drücke ich hier einmal den Knopf, um es anzuschalten. Dann hören Sie auch schon. Es ist an. Und jetzt ist es schon wirklich festgesorgt per Unterdruck. Einmal jetzt das Knöpfchen drücken und jetzt kalkuliert er die Fläche. Und wird auch hier das Glasfenster ganz leicht besprühen, benetzen förmlich mit dieser Flüssigkeit. Wir überwässern nicht. Wir können dabei arbeiten, telefonieren. Das ist sogar ein Vorzeigeprodukt, das man nicht verstecken muss. Und wissen Sie, Fensterputzen war immer eine Tätigkeit, die ist ja schon energieraubend. Es dauert sehr lang. Es macht wenig Spaß. Man muss nachwischen. Man kriegt es nie so schlierenfrei. Der hier macht es schnell, effektiv, ohne schlieren, genau richtig mit der Reinigungsflüssigkeit. Haben Sie gesehen, wie der da sprüht? Es ist innovativ. Er hat Preise gewonnen, weil er so gut ist. Und jetzt zum ganz, ganz kleinen Preis für Sie. Das müssen Sie mal ausprobieren. Ich hoffe, in Zukunft haben wir alle so ein Gerät, genau wie wir heute alle eine Waschmaschine haben, oder? Ja, ja. Waschmaschine, Toaster, das sind alles Sachen, die vor 100, 200 Jahren bei Hand gemacht werden mussten. Und heute haben wir eben Roboter dafür. Und die Firma Hobot steht ja dafür, für Home-Roboter. Daher haben wir auch ihren Namen, sind Experten da drin. Und dieser Roboter ist nun wirklich sehr, sehr, sehr schlau, weil er halt Fensterputzt. Eine Tätigkeit, die niemand gerne macht. Und die vor allem niemand so gut hinkriegt wie ein Fensterputz-Roboter. Der ist extra dafür gemacht. Ich würde Fenster niemals so blitzeblank kriegen. Und wie du gesagt hast, er fährt sogar über unebene Flächen, zum Beispiel eben Fliesen, die Fugen haben. Das fand ich so unglaublich, als ich den das erste Mal gesehen habe, dass er sogar über Fliesen fährt und sich richtig festsaugt. Man kann damit wirklich das komplette Bad im Prinzip machen. Er erkennt rahmenlose Fenster. Er muss also nicht irgendwo gegenstoßen, um umzukehren. Er hat einen Sensor drin, der sieht, hier ist das Fenster zu Ende und kehrt automatisch wieder um. Oder Fliesen, wenn die so an die Tapete kommen. Das wäre ja blöd, wenn er da rüber gehen würde. Und er erkennt das. Er erkennt das. Er erkennt das alles. Also superintelligent, innovativ, leise dabei. Man kann sich unterhalten. Wir haben gerade gesehen, ich moderiere dabei ganz locker. Wenn er dann fertig ist, piept er, so wie bei uns gerade, hat er gepiept. Er gibt ein Signal, sagt, hey, setz mich bitte um oder lass mich stecken. Aber ich bin eben fertig. Und zwar ganz, ganz schnell. Also wirklich so schnell putzen sie ihre Fenster nicht. Und zwar streifenfrei. Nicht überwässert. Weil diese Flüssigkeit, die er da so ganz, ganz fein vernetzt, damit diese schlieren. Und ob es jetzt grober Dreck ist, wenn sie auf dem Land proben. Egal, ob es jetzt tatsächlich nur hier CO2 ist, vielleicht von Autos in der Stadt. Das schafft er locker. Innen wie außen. Wir haben auch so ein Seil dabei, Hochsicherungsseil. Sollte mal ein Stromausfall sein, damit er Ihnen nicht vom Fenster fällt. Er hält sich aber auch noch ein paar Minuten dran an der Scheibe und gibt ein Signal. Er hat einen Akku integriert. Auch das ist sehr, sehr clever. Sehr, sehr innovativ. Höchste Markenqualität. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Für unter 280 Euro. Das müssen Sie mal probiert haben. Ich habe einen meiner Mama gekauft, weil die ist nämlich beim Fensterputzen vom Stuhl gefallen und hat sich hier Wirbelsäulen angebrochen und war drei Monate im Krankenhaus. Das müssen wir nicht mehr machen. Wir lassen jetzt Fenster putzen und machen was Schönes anstatt. Also wir können ja auch schöne Sachen im Leben machen. Das Leben ist zu kurz, um Fenster zu putzen. Lassen Sie jetzt Fenster putzen. Innovativ, schnell, leise und akkurat. Ja, das ist eben, das Leben ist zu kurz zum Fenster putzen. Schöner könnte man es nicht sagen. Wir zeigen Ihnen nochmal, was Sie hier sparen durch unseren Solon-Brei. Regulär kostet der 349,99 Euro. Das heißt, Sie sparen 70 Euro, ein bisschen über 70 Euro sogar, für unseren Versandrückläufer von unserem Profi-Fensterputzroboter mit Sprühfunktion. Wir sind auf den letzten Stückzeilen und Dani zeigt hier nochmal, was wir alles dazu bekommen und das ist eben das Unglaubliche. Wir kriegen also den Fensterputzroboter. Sie kriegen drei von diesen gelben Fliesen, mit denen man das eben, Pads, mit denen man das sauber machen kann. Die sind natürlich waschbar. Sie bekommen die Originalreinigungsflüssigkeit. Sie bekommen eine Fernbedienung, wenn Sie das eben mit der Fernbedienung machen wollen. Und das Sicherungsseil, es ist alles, alles dabei. Nagelneu mit der Bestellnummer, also der Roboter ist ein Versandrückläufer. Neuwertig mit der Bestellnummer REF 60579 569 zu diesem Sonderpreis. Ich habe ihn noch nicht gesehen zu dem Preis bei uns. Ich auch nicht. Ich finde das wirklich, wirklich toll. Das ist halt der Vorteil, den wir Ihnen jetzt eben geben können mit diesen Versandrückläufern, dass wir Ihnen diesen super, super Preis geben können. Er kommt natürlich auch Versandkosten frei. Und wir möchten Sie noch mal an unsere Pétier erinnern. Auch das Große ist auch schon stark nachgefragt da hinten. Bernhard hat gerade zugegriffen. Ach cool. Alles richtig gemacht. Und mit all unseren Produkten, die wir Ihnen heute gesagt haben, ich sage Ihnen, ist wirklich ganz besondere Preis. Dieser Sale-Hout passiert nicht oft mit diesen Geräten. Mit diesen? Den Fensterputzer habe ich noch nie gesehen. Und es ist ganz egal, was Sie nehmen, ob Sie das Nachtsichtgerät nehmen, die Soundbar, die kleine Pétier-Box, die große Pétier-Box oder den Fensterputzer-Roboter mit Sprühfunktion. Sie machen alles richtig, weil den Preis kriegen Sie sonst nirgends. Fantastisch. Jetzt für die nächsten zwei Stunden nur. Seien Sie schnell. Wir haben sehr geringe Stückzahlen bei fast allen von denen. Und es macht Ihr Leben leichter und schöner und mehr Spaß mit dem Nachtsicht und überhaupt. Viel, viel Spaß. Tschüss. Tschüss.